Ho, ho, ho! Willkommen zurück bei der Skull am Terra. Wir sind Deutschlands erste 40k-Schule und machen euch in Nullkomman-Nichts-Form-Nur-Viezen zum Magos. Willkommen zurück zum Adventskalender! Äh, heute hab ich ein bisschen eine Frage für euch. Was haben ein SwoopingHawk-Exarch, eine Blythron und Captain General Valoris gemeinsam? Nein, das ist nicht der Anfang zu irgendeinem 40k-Witz. Können natürlich trotzdem ein Lustigen können in die Kommentare schreiben. Sondern, die Antwort ist natürlich ein Feel-No-Pain oder ein Shrug oder ein 5+++. Was sich dahinter verbirgt, ist einfach die Fähigkeit, Schadenspunkte, die die Einheit erhält, nachdem sie ihren Rüstungs- oder Rettungshof gemacht hat, zu ignorieren, auf einem bestimmten Wert. Diese wird dann meistens mit einer 4, einer 5, einer 6 und dann 3 Plusen dahinter gekennzeichnet. Oder man sagt, die Einheit hat einen 5er Feel-No-Pain oder einen 4er Shrug. Was das praktisch und mathematisch bedeutet, ist, dass die Einheit oft um ein Vielfaches tougher wird. Und ganz wichtig dabei, wenn ihr zum Beispiel auf eine Einheit schießt und euer Gegner sagt euch, die hat einen 5er Feel-No-Pain, ist, dass ihr natürlich nicht nur einplanen müsst, dass ihr im Fall von einem 5er Feel-No-Pain extra Schaden machen müsst, sondern auch, dass natürlich die Schadenspunkte, die die Einheit ignoriert, dann wieder als Lebenspunkte da sind, die erneut einen Feel-No-Pain haben. Wenn man sich das durchrechnet, kommt es ungefähr drauf, dass ein 5er Feel-No-Pain heißt, dass die Einheit eineinhalbmal so viel aushält, wie als wenn sie keinen Feel-No-Pain hätte. Wenn die Einheit einen 4er Feel-No-Pain hat, dann ungefähr doppelt so viel. Wenn die Einheit einen 6er Feel-No-Pain hat, dann ungefähr ein Drittel mehr, als die Lebenspunkte und die Rüstung eigentlich suggerieren würden. Ganz wichtig dabei ist auch, wenn ihr zum Beispiel auf einer Einheit mit jeweils 2 Lebenspunkte schießt und die haben einen Feel-No-Pain, müsst ihr natürlich daran denken, wenn ihr zum Beispiel eine 2-Schadenswaffe darauf abfeuert, nehmen wir als Beispiel mal die neuen League of Wotan-Berserker, dann ist natürlich die Chance relativ hoch, dass einfach Schaden verloren geht. Wenn eine 2-Schadenswaffe 2 durchgeht auf einem Modell mit 2 Lebenspunkten, da steht, ist ein 5er Feel-No-Pain dahinter, ist die Chance ungefähr 50%, dass einer von den beiden Schadenspunkten ignoriert wird. Und dann brauche ich nochmal 2 Schaden, die durchgehen müssen, um die Einheit zu killen. Dadurch, dass ich eben nicht einzelne Einschadensschüsse gefeuert habe, verliere ich viel mehr Schaden, als wenn ich eben 4 Wunden mit jeweils einem Schaden gemacht hätte. Da Schaden natürlich in 40k nicht von Modell zu Modell überschwappt. Ich hoffe, das hat euch geholfen, dass ihr nächstes Mal Bescheid wisst, wenn euer Gegner euch sagt, Hey, meine Einheit hier, die hätten 5er Feel-No-Pain. Dann eine schöne Vorweihnachtszeit, und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ciao!